Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Das ist also die Stelle an der wir die alte Werkzeughütte abgerissen haben. Also wir haben die alte Hütte abgerissen. Das ist aktiv perfekt. Dann im Passiv die alte Hütte ist von uns abgerissen worden. Und jetzt das Zustandspassiv oder das Seinspassiv, die alte Hütte ist abgerissen. So und die Reste, die müssen wir entsorgen. Zerkleinern, entsorgen, wegfahren, wegfahren auf den Sondermüll.